Tja, geradeaus, he? Eisenhütter. Oh, da kommen die denen mit. Ah, dann drei Stück. Oh da. Zwei. So, da hat es mir ordentlich gegeben. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Gibt es ja zufällig irgendwo einen Medipack? Auch Ressourcen? Aber ich kann nichts mehr tragen. Geht von mir bestimmt. Oh, da bringt mich um. Die bringen mich um. Scheiße. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Wieso habe ich so wenig Ausdauer gehabt? Das kann doch gar nicht sein. Danke. Hey, hier vorne ist ein Medipack. Cool. Hä, der eine Balken sieht aus wie verbrannt. Ja, weil du gestorben bist. Sonst ist der doch leer. Oh. Und der ist halt so wie runtergebrannt. Also nicht leer, sondern so ausgegraut. Ja, den kriegst du dann erst wieder, wenn wir den Boss verbrannen. Okay. Das ist aber komisch irgendwie. Naja, ist ja nicht so weit von uns. Die Anweis war noch nicht aktiviert, oder? Ne. Oh. Da vorne. Ja. Dann hängen wir uns. Ja. Oh. Und rechts. Ich guck mal rechts. Wir können entweder direkt zur Hemlock laufen. Nein. Nein. Mist. Da vorne sind Fliegenschlampen. Ach. Ich schiesse die weg. Oh, ich hab sie gesehen. Da hinten waren sie. Ja, die sind schon im Bus. Das läuft auch noch rein. Bei diesem unterirdisch. Ja, der läuft ja noch rein. Okay. Die links. Links die Brüder. ist ja jetzt da. Ja. Da sieht man krass, wie nur um zwei von denen. Ich bin unter der Brücke. Ja. Das sind zwei Stück. Der eine läuft jetzt wieder nach da hinten. Ja. Der ist schon fast. Ja. Der ist schon fast. Ja. eine. Das hört sich nach einer Ruhe fühlen. Ah. Da vorne. Warte. Da war auch noch was da drüben. Und hier oben. Beim Gefängnis. Einen hab ich getroffen. Da war da oben. An der Gefängnistür. Ja. Guck mal rechts nach dem. Auf dem Feld. Oder wo der ist. Mhm. Ah. Der ist da vorne irgendwo. Ah. Einer ist gestorben. Der hat nen Hit. Der rennt wieder weg. Ja. Ich hab ihn. Okay. Cool. Jetzt hab ich endlich mal wieder so nen Headshot gedrückt. Während der einen anlaufen war. Aber der Typ der da oben war. Der liegt. Mhm. Er traut sich auch nicht mehr raus. Er traut sich auch nicht mehr raus. Ja. Oh ey. Der hat mich mit der Sparks weg. Oh. Oh. Äh. Rechts. Die kommen. Die laufen dort direkt auf dich zu. Ah. Ich hab ihn. Sehr schön. Es waren zwei. Ja. So eine hab ich schon. Oh. Und noch einer. Was ist denn hier los. Oh. Der hat nen Hit gekriegt. Oh. Der hat nen Hit gekriegt. Ne. Ich hab leider. Dings getroffen. Halbstamm. Oder jetzt. Cool. Ne. Nice. No scope weggemacht. Achtung. Ja. Ah. Fuck. Der hat seinen Match wieder aufgegeben. Pfff. Ah. Der hat Schei gedämpft. Oh. 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 die reise dich nicht anzunehmen die reise dich anzunehmen jetzt werden die anderen geschossen und da von dem wo der boss war du hast ja auch von links ob man einige kriegt ja versuche jetzt irgendwie mal zu dir zu kommen ja ich dann aufzählen sehr nice sehr schön dass der eine wieder aufheben wurde aber egal der hat mir meine spa xy klart der wichser ich meine meine mose und hat mir seine spa xy das dumme schwein ich muss kurz noch mal nach der munitionskiste suchen ich habe noch nach und das ist ja ekelhaft eine schöne mosse hinweg das sack ist traurig mir hat einer mal meine beiden waffen ach so das war richtig beteiligt hatte auch eine musik auch glaube ich ein aber kategorien der hat mir beides einfach weggenommen wenn er seinen schrott da gelassen ja der hatte nur was war das noch mal eine romeo warte da kommt einer oh nein hat mich jetzt auch mit meiner eigenen waffe erschossen ach das ist doch scheiße ich verstehe das nicht ich hab den genau im visier gehabt er hat nicht einen kratzer gekriegt nicht mal ein hitmarker nichts also bei der richtung groß der war da da kam da wo ich wo du mich aufgehoben hast da ging es ja weiter rum ein bisschen um die ecke da war so ein holzzaun und da kam da direkt rum rum und da habe ich gewartet bis er da ist und dann habe ich geschossen da rechts 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 hat er da gerade die Dienst geworfen das Leuchten das sieht so aus da läuft doch rechts jetzt bisschen links wieder sind zwei das ist so füß, da sieht man nichts gut, täte ich gerade ne, ne, ne die laufen da irgendwo rum da da würde ich erstmal safe aufnehmen naja habe ich noch 75 HP dann und da hat Licht gemacht, damit er dich sieht, wenn du kommst jetzt mal schnell nach hinten oh, der kommt wieder näher hat einen Hit seine scheiß Lampe hier läuft nach rechts und einer ist da links ok ich schleiche mal unten am Wasser lang der links hat auch einen Hit der ist, oh, der kommt beim Zaun da bei dem Zaun hier vorne also einer steht bei uns nicht nur ich, wieso kriegt er keine Hits, Aldo? ich bin das ich bin das Leuchtsignal, ich sehe mich ich, mich wirklich DANIEL ich bin Woah, da trifft er hinten wieder rum da zwischen ihm Oh, er hat mich wieder, Alter. Es ist doch zum Kotzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr schön. Er kann ja doch sterben. Ja. Alter. Na, warte, dann kann ich ihn doch nicht plündern. Ja, aber damit er dich nicht wieder aufhebt. Ja. Dann kann ich dich nämlich wachentlich in Ruhe aufheben. Jetzt darfst du nicht mehr sterben. Nee. So ein Ärger. Kann ich noch plündern, den Hund? Oh, fuck, weiter links ist der. Der ist da links in dem Feld, glaube ich. Ah, der steppt grad rum. Da ist er im Hund. Hm. Ah, ja. Alter, aber der trifft gut. Okay, kann ich nicht mal plündern. Den Scheißhaufen. Oh, oh. Das ist der, der mich vorhin umgeniedelt hat. Ich hänge fest. Das trifft echt nice. Mhm. Ich hab meine... Der ist tot. Ich hab Momi genietet. Sehr schön. Wo ist die Ratte verreckt? Hier. Ah, meine Mosse hin zurück. Dummes Arschloch. Nachdem er alles leer geschossen hat. Jetzt hab ich noch... Oh, was für eine Runde das jetzt. Ja. Wahnsinn. Ey. Vier und halb bin ich ein Sturm, Alter. Einmal beim Zombie und... Jetzt scheint's fast so, als wären wir alleine. Ja. Die anderen haben sich fröhlich aus dem Staub gemacht. Da wurden aber auch noch ein paar andere gekriegt. Also sind gut Leute draufgegangen. Mhm. Vorsicht. Ui. Das war's. Ui, cool. Nice. Jetzt hast du auch wieder was. Ja. Verbraucht dieser Bayonettangriff so viel? Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, der Hälfte, wo? Der Hälfte ist weg. Was? So viel? Mhm. Naja, ich hab jetzt gerade auf das Holz hier stochen. Doch, auf diesen umgekippten Wagen. Das ist wahrscheinlich wie wenn du vorbeistichst. Da verbrauchst du ja auch mehr, als wenn du triffst. Fünf Jäger. Nicht schlecht. Eux. Ja. Einen clamp. Ja. U見て. Wenn du bist. Ja.